Ich zieg mich da nicht weg, du Arsch! Gut, ich fand das Monster jetzt aber weniger schlimmer als der Fischschwarm, der mich extrem erschreckt hat. Aber das Spiel hat echt angezogen, also wenn ich mich da noch... Au! Wenn ich mich da noch zurückerinnere... Als wir die ganzen Kabinen da durchsucht haben, als die ersten wirklichen Monster kamen... Dieses taube Monster beispielsweise... Da war ja echt normal easy. Ich verstecke mich mal lieber wieder hier. Boah, es lädt gerade wie die Sau! Schnellstraße zu den Sternen. Errungenschaft freigeschaltet. Das hoff' ich auch. Heißt das, das Spiel ist fast um? Warum ist das hier so ein langer Gang? Ich mag keine langen Gänge. Hallo? Oh! Leck mal nicht so rum jetzt bitte! Nicht jetzt! Nicht gegen Ende des Spiels, falls das schon das Ende ist! Das gefällt mir auch überhaupt nicht! Es kann natürlich auch sein, dass ich mir jetzt mehr Gedanken mache, als es sein müsste. Dass hier einfach nichts mehr passiert und deshalb ist hier auch nichts. Genauso gut kann es aber auch sein, dass mich das Spiel ärgern will und auf 4 FPS runter bricht. Das ist klar. Katharine. Wir gucken uns mal um. Vorne können wir nichts machen, hier können wir was machen. Standortkarte. Oh, ich glaube es wird noch was geniales geben. Und zwar ein letztes großes. Komm, wir ärgern Fritte bis er stirbt. Gut. Okay. Tunnel Transport. Okay. Tunnel Transport. Personalaktivität. 11.05.20104. Er Herber. Das war also ziemlich der letzte. Mit großem Abstand zu den anderen, die hier waren. Ausgehend. Warte mal. Der Herber ist noch da. Hill. Iwaskin. Can ist auch noch nicht weg. Lindwalk. Pedersen. Herber. Can und Herber sind noch hier. Aktivität. Unsignierter Besuch von R. Herber. Start der ARC. Wer ist R. Herber? Logaufruf. Woche 488. Haimatsu Mission abgeschlossen. Projekt Endo. Besitzer Luna Prospex. Typ Fernerkundungssatellit. Okay. Woche 489. Weevil Sinoindische Föderation Kommunikationssatellit. Zentraler deutscher Kern. Ui. Aufklärungssatellit. Würdet ihr das Spiel gerne mal auf Englisch spielen? Einfach um zu wissen, ob das dann da auch auf Deutsch steht? Wahrscheinlich nicht. Atmosphärenmesser. Also nach 10 Jahren einwandfreien Betriebs wird die Omega abgeschaltet. Es bedurfte jedoch einer Apokalypse entlassen zu werden. Vic O'Claire. Das sieht doch nach guter Arbeit aus, Vic. Das glaub ich irgendwie auch nicht. Hier kommen wir nicht weiter, ja? Kamen wir hier rein? Nein. Das ist ein anderer Ausgang. Okay. Da möchten wir jetzt noch nicht raus. Da bräuchten wir das Omnitool. Das möchte ich jetzt aber nicht mitnehmen. Das soll ich wahrscheinlich auch gleich mitnehmen. Ich möchte mal kurz gucken, ob die Türen jetzt da drüben offen sind. Ja, sind sie. Mal gucken wir mal hier weiter. Das war ein versteckter Tipp, ne? Danke dafür Spiel. Nein. Das war's falsch. Äh, Personalaktivität. Wir haben Mai. Den 11. Wir haben... Wir haben... Wir haben... Unsignierter Besuch, dass ich nicht lache. Hier geht was Gewaltig... Ich schalte es. voll süß die beiden irgendwie irgendwie mag ich das gerade irgendwie haben die sich ja doch lieb glaube ich keine ahnung mega verwirrt das spiel ich möchte nicht mehr länger habe ich das schon mal gesagt wie geht es hier runter cool allerdings umgesetzt muss ich sagen dass wir den arm jetzt so verloren haben den roboter arm mein gott ja ist halt jetzt so ich glaube dem vieh wird nicht so nicht geschmeckt haben wer ist herr herber wo ist herber wo es kathleen chan lebt sie noch oder ist jetzt auch monsters und verfolgt fragen die mich quälen und auf deren antwort ich brenne das ist aber nicht das ding mit dem er hätte ankommen müssen oder gut das kann man nicht mehr aufmachen was das hier wahrscheinlich fehlt wieder irgendwie irgend so eine abgefuckte energie wir müssen wieder irgendwas machen und ich habe das gefühl wir nähern uns mit großen schritten im ende des spiels was mich ehrlich gesagt bisschen traurig macht aber mich auch erfreut ein großes spiel aber zum fazit kommen wir und ich habe das noch oh nein fuck nicht du nicht du Will the casing stab all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project. My Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down! Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Oh, God. Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you? Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. Hmm. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell. A bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. Right. I'll go pick it up. Ah. Irgendwie had I still found it better if we had Catherine in the right life. I mean, it would be totally strange. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. I thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. Naja. Dementsprechend haben sie sich schon gekillt. Ich mein, Catherine hat sich nicht richtig verhalten. Keine Frage, aber. Killed? How could they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on. Don't do this to yourself. Gut. Wie geht's nur da rein? Ich hab das Gefühl, der Haber ist noch da. Ob ich das gut finde? Nein. Ach, die Ark. Wir sind gleich nicht mehr alleine. So auf, fertig. Wobei, wenn... Das stimmt. Und die Hoffnung, die haben wir. Gut. Gut. Das war das. Ähm, wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie... Ah ja. Ich seh schon, was wir machen müssen. Wir holen jetzt den Akku von drüben. Setzen ihn da vorne ein. Ich warte ja nur drauf, dass uns jemand oder etwas daran hindern möchte. Ich seh zwar keinen Grund. Aber soweit ich weiß, hatte niemand etwas gegen die Ark. Warum auch? Selbst wenn jemand etwas gegen die Menschheit gehabt hätte, so... Ja, die Menschheit ist ja keine Gefahr mehr. Sind wir mal ehrlich. Ich bin hier ehrlich. Gut. Hi, Catherine. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so um dich rumtrampel über dich drüber. Sehr pietätlos. Du hast was erkannt. Hast du gut gemacht. Wo ist Herbert? Herr Herbert. Wer ist Herbert? Zugucken, zugucken. Oh. Und nun? Jetzt geh ich mal zurück zu Catherine. Warum sagt sie nix? Wiesbeth. Ich schiebe. Ich schiebe.